So, da geht er nicht so hoch, die Nummer 7. Nochmal winken, kräftig winken. Super macht ihr das. Mit Piratenflagge. Und hier die Nummer 2, getauft von Regina van Winter, der Landtagspräsidentin aus Düsseldorf, auf den bürgerlichen Namen Land NRW. So, Startfreigabe ist auch hier erfolgt, mit unserem Piloten Lutz Mönig. So, also auch die Jungfahrtwarten der beiden, die mit an Bord sind. Da schaukelt es am Anfang noch ein bisschen. Ein ganz tolles Bild heute Abend.